Hier auf dem Telekom-Stand auf der IFA 2013 sehen wir aus der Xperia Z-Serie das Z1. Das ist die weltweit beste Kamera in einem wasserdichten Smartphone. Ich schicke hier nochmal den Wasserfilm drüber. Eine 21 Megapixel-Kamera in einem Android-Smartphone, welches eben auch durchaus unter Wasser getaucht werden kann und trotzdem weiter funktionsfähig bleibt. Das ist LTE der vierten Generation. Das wird zur Zeit nur von wenigen Endgeräten unterstützt. Am Beispiel hier vorn das Sony Xperia Z1, ein wasserdichtes Smartphone.